In einem gesättigten Krankenversicherungsmarkt wie in der Schweiz wird es immer wichtiger, dass man sich nicht nur um die Akquise von Neukunden kümmert, sondern dass man sich vermehrt und mit größerem Umfang um die Pflege der bestehenden Kunden kümmert. Im Rahmen des CRM-Projektes bei der HealthSANA haben wir die Möglichkeit geschaffen, einen ganzheitlichen Blick auf den Kunden für alle vertrieblichen Angestellten zu schaffen. Wir bringen ja mit dem neuen CRM-System auch verschiedene Bereiche zusammen. Zum einen wird der Kundenservice damit arbeiten, Marketing wird damit arbeiten, aber auch die Versicherungsberater und der ganze Vertrieb wird damit arbeiten. Auf der anderen Seite sind wir in der Lage, die identifizierten Verkaufschancen auch tatsächlich an den richtigen Verkaufsberater zu bringen, der mit den richtigen Themen den Endkunden anspricht. Cuperia hat im Bereich CRM ein sehr vielseitiges Know-how sich mittlerweile aufgebaut. Wir kommen zum einen sehr stark immer über die Fachlichkeit, über Prozessberatung in die Projekte rein, zum anderen überzeugen wir aber auch durch Implementierung. Cuperia hat wirklich das grosse Versicherungswissen, das wir teilweise natürlich sehr gut intern haben, ergänzt, hat uns eine Aussensicht gegeben, hat uns dargelegt, was üblich im Schweizer Markt ist, in der Schweizer Assekuranz und dies für uns als Entscheidungsgrundlage aufbereitet. Die Fachkompetenz war eigentlich in meinen Augen ausserordentlich. Häufig trifft man an, dass man irgendwelche Juniors ausbildet und das war hier gar nicht der Fall. Da sind gestandene Seniors gekommen, die das Know-how auch eingebracht haben, nicht nur aus der Schweiz, sondern ebenfalls aus Deutschland. Und damit war wirklich ein Know-how vorhanden, auf dem wir aufbauen konnten. Und wir haben dank Cuperia wesentlich schneller unser Projektziel erreicht. Und das wurde uns versprochen, das haben sie gehalten. Bis zum nächsten Mal.